Als solche hat die Maschine nicht mehr ethischen Wert als ein Pflasterstein. Du hast ja jetzt ein neues Buch rausgebracht. Da geht es um künstliche Intelligenz. Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube nicht. Was an der künstlichen Intelligenz stimmt, ist, dass sie künstlich ist. Intelligenz ist es allerdings nicht. Die Frage ist, was wir hier natürlich unter Intelligenz verstehen. Aber an erster Stelle muss man einsehen, dass alles, was wir Intelligenz, Denken, Bewusstsein usw. nennen, getragen wird von Organismen. Das heißt, alles Denken, jede Intelligenz, die wir kennen, ist Intelligenz vom Standpunkt eines über Jahrmillionen entstandenen organischen Systems. Ohne solche Organismen gibt es nicht wirklich Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist so, als würde man denken, dass zum Beispiel ein Text selber denkt. Ein Text, den jemand schreibt, enthält nur die Gedanken, die wir in diesem Text sehen. Es ist nicht so, als hätte der Text von sich her ein Eigenleben. Also intelligentes Leben, die intelligente Maschine gibt es nicht. Ganz genau. Es kann deswegen keine intelligente Maschine geben, weil wir jeder Maschine immer nur die Intelligenz leihen. Das heißt, ein Auto kann bestimmte Dinge verrichten. Das kann auch von selber fahren, neuerdings, wenn wir das richtig programmieren. Praktischerweise, ja. Aber das Auto hat ja nicht zum Beispiel das Interesse, zum Supermarkt zu fahren und Bananen einzukaufen. Das heißt, der Kontext, in dem wir so etwas haben wie Autos, ist der Kontext bestimmter Lebewesen. Ohne Lebensformen gibt es keine Intelligenz und eine künstliche Lebensform gibt es nicht. Keine solche Lebensform ist wirklich lebendig. Wir nennen das immer nur lebendig, aber nur deswegen, weil wir dort Leben sehen. Es gibt ja aber Computer, die schlau sind, die beim Schachspielen gewinnen oder bei dem Spiel Go. Das macht mir dann schon auch Angst, dass Maschinen vielleicht so etwas wie ein intelligentes Eigenleben entwickeln könnten. Naja, man muss sich ja klar machen, dass zum Beispiel AlphaGo oder Deep Blue, die alte Schachmaschine, dass die gar nicht Schach spielen oder Go spielen. Das heißt, wir spielen mit denen Go. Es ist nicht so, als würde die Maschine spielen. Man kann ja gar kein Spiel spielen, ohne zum Beispiel gewinnen zu wollen. Wenn ich Schach spiele, möchte ich gewinnen. Habe ich ein bestimmtes Interesse daran. Ich sehe die Schachfiguren Schach ist Teil der menschlichen Lebensform. Wenn man den Wunsch zu gewinnen und zum Beispiel toll sich gut zu fühlen, weil man Sieger ist und so weiter, wenn man den rausnimmt aus dem Schach, ist da gar nichts mehr da. Das ist eingebettet in die menschliche Lebensform. Und wenn man die rausnimmt, dann sieht es nur noch so ähnlich aus. Und das heißt, künstliche Intelligenz ist ein reines Abstraktionsprodukt, das gar nicht wirklich existiert. Das existiert nur in unserer Fantasie. Es gibt auch in Japan Roboterhunde. Die sind ja richtig schon zum Haustier von Menschen geworden. Den könnte man doch eigentlich überfahren, weil er eine Maschine ist. Ganz genau. Denn solche Roboterhunde sind weder Haustiere noch Hunde. Sondern, wie du schon richtig gesagt hast, Maschinen. Als solche hat die Maschine nicht mehr ethischen Wert als ein Pflasterstein. Allerdings muss man sich klar machen, in dem Fall, dass menschliche Bindungen und rechtliche Begriffe mit diesen Roboterhunden verbunden sind. Die gehören jemandem oder jemand hat sich daran gewöhnt, die Bewegungen dieser Hunde ästhetisch und schön zu finden oder irgendwie sonst lieb gewonnen. Deswegen hat man natürlich eine gewisse Einstellung zu diesen Gegenständen. So wie auch zu Pflastersteinen, die jemandem gehören können. Aber an sich hat ein Roboterhund keinen ethischen Wert. Also eigentlich ist es immer der Mensch, der dahinter ist. Ganz genau. Um den geht es. Ganz genau. Ich fühle mich ja auch nicht schlecht meinem iPhone gegenüber, wenn es runterfällt. Das stört mich zwar vielleicht, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn mein iPhone runtergefallen ist. Wenn mein Kind runterfällt, hingegen schon. Bis zum nächsten Mal. Das stört mich. Bis zum nächsten Mal. Sinnて Capital.